Und huuso Leute, willkommen bei einem neuen Part von Deus Ex 3 Human Revolution. Ja, ähm, ich bin jetzt nochmal da oben runter gegangen, denn im letzten Part, da gab es dann einen Weg, den ich irgendwie zurückgehen konnte. Und ich möchte ja, wie gesagt, alle Wege gehen, weil die ja auch alle meistens auch Punkte bringen. Wie wahrscheinlich jetzt? Ja, okay. Hätte so gesehen keinen Unterschied gemacht. Ich sehe ja, doch da vorne müssten Wachen sein. Aber auf jeden Fall ist das hier ein Weg, den ich gehen könnte, auch um auch ungesehen zum Penthouse zu kommen. Äh, habe ich aber nicht vor. Ich möchte den, ich möchte ja, wie gesagt, alle Wege gehen, um möglichst alle Erfahrungspunkte zu bekommen. Deswegen gehe ich jetzt auch mal weiter unten entlang. Vermutlich gibt es auch wieder einen kleinen Weg, ähm, über die Kanalisation. Und lasst mich nicht lügen oder lasst mich raten, ähm, in der Kanalisation gibt es auch wieder, ähm, Verstecke, die ich aufsprengen kann. Und wo sich dann vielleicht wieder eine Praxis verbirgt. Da unten ist schon mal eine Praxis. Sehr, sehr nett. Hoffe ich nur, dass jetzt da oben der Fahrstuhl nicht runterkommt und mich zerquetscht. Sehr schön, nee, ist echt eine Praxis. Geil. Gut, der Fahrstuhl kommt nicht runter, finde ich gut. Ähm, vielleicht da unten noch was? Nein. Gut, ähm, jetzt habe ich wieder zwei Praxis bekommen. Jetzt möchte ich gerne was verbessern. So, Taifun möchte ich nicht machen. Atmungssysteme. Wie gesagt, da kann ich durch Giftgas gehen. Muss ich aber nochmal überlegen. Schleichoptimierer. So. Ne, was ich erstmal machen möchte, ist, ich möchte mehr Batterien oben links haben. So, das heißt, wo ist denn das Gute? Ich habe eine Analyse, was kann ich nochmal verbessern? Ja, ach, nö. Ähm, das wollte ich hin, genau. Ich werde mir... Das werde ich mir holen. Und ich möchte, dass automatisch immer zwei... Ne, oder wie war das jetzt? Ja, im Grunde kann ich das ja einfach nur abwarten. Von daher ist das Schwachsinnig, wenn ich sowas erhöhen würde. Denn das ist eigentlich nur was für den ungeduldigen Spieler. Da kann ich, wie gesagt, das auch für euch auch rausschneiden, wenn das zu lange dauert. Und so ein Kram von daher ist das Schwachsinnig. Ähm. Also werde ich... Ja, wo gab es doch wohl sich auch noch zwei Energiezellen aufladen. Von daher suche ich erstmal das. Das habe ich irgendwo gesehen. Und das will ich haben. Da muss ich nämlich nicht immer den zweiten Energieriegel nehmen und so ein Kram. Einen Zielstabilisator brauche ich nicht. Doch, brauche ich wohl für... Äh, das doch. Doch. Ähm. Reicht aber nicht, ich brauche zwei Punkte. Scheiße. Dummer Grau. Amprothese. Äh, Rückstoß. Nee. Äh. Da kann ich durch Wände hauen. Da kann ich wenigstens sehen, welche Wände brüchig sind. Ähm. Verpasse ich eventuell nichts. Ach komm Leute, hole ich mir das einfach mal. Denn ich habe jetzt schon so viel, was ich eigentlich mir sowieso überhaupt mal irgendwann mal holen wollte. Einen Schaden brauche ich halt, wie gesagt, nicht. Damit kann ich runterfallen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Für mich aber erstmal nicht so wichtig. Gut, okay. Das kann ich hier eigentlich nochmal verbessern. Genau, kann ich lautlos gehen und laufen. Das wäre eigentlich auch noch ganz nett. Egal. Ähm. Ich habe erstmal wieder vieles, was ich haben wollte. Für nix und wieder nix. Finde ich super. Und, ähm. Gut. Dann. Gehen wir wieder zurück. Und suchen uns alternative Wege zum Ziel. Irgendwann möchte ich erstmal alle Belltower Typen ausschalten. Das kann ich schon mal so sagen. So. Und oben scheint jetzt doch... Seht ihr? Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das nicht gewusst, könnte ich mich dadurch jetzt nicht durchprügeln. Also. Mal durchgucken. Okay. Ach. Also ich hätte mich also auch durchprügeln können, wenn ich schlecht für Sekten gewesen wäre. Trotzdem. Ich will das einfach mal machen. Bam. Schön. Ach. Schön. Sowas ist cool. Okay. Ja. Dann. Ähm. War ich da schon? Dann gehe ich hier wieder runter. Dam, da, dam, da, dam. Und. Hallo. Erlauben Sie, Kumpel. Ich habe jetzt keine Zeit für Sie. Hören Sie. Nerven Sie jemand anderen. Du Sau. Ich wollte mich doch nur mit dir unterhalten. Du. Wie kannst du du so fies sein? So herzlos. Egal. Äh, Credits. Ich habe die nur alle davon. Dass du nämlich auch genauso aussiehst wie andere Tüter. Du siehst eher europäisch aussiehst. Ah, doch. Nee. Ich denke, es ist gut für Shanghai, dass Belltower die Polizeiarbeit übernommen hat. Hm. Hm. Stimmt. Hm. 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 Wie die absichtlich Englisch mit uns reden. Genauso muss es gewesen sein, als die Japaner im Zweiten Weltkrieg hier waren. Naja. 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 Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber red du nur, was du willst. Das ist mir ziemlich egal. Okay. So. Hier geht es wieder Credits zu holen. Und. Warte. Ob hier war ich. Ja. Da sieht man es. Hier war ich schon. Gut. Ähm. Das sieht auch. Das sieht auch mal geil aus. Oder? Das sieht doch mal echt nicht aus. Und. Das sind Details, Leute. Das sind Details. Ach. Ich liebe es. Ich habe schon hier oft geschwärmt von Deus Ex. Aber. Zu Recht, Leute. Ich finde, zu Recht kommt die, ähm. Ja. Meine Euphorie für dieses Spiel. Hier komme ich wohl noch nicht rein. Vielleicht ist später. Okay. Hier ist nur wieder. Nix. Okay. Aber hier, die Seitengasse, hier war ich auch noch nicht drin. Alles untersuchen. Nichts vergessen. So. Und da sind wieder. Ah. Trotzdem. Ich gehe noch nicht runter. Ich rede erst mal mit diesem Penner. Nein. Das ist gar nicht wahr. Ja. Wie du mich verurteilst. Weil ich Argumentierungen habe. Okay. Äh. Ich gehe mal hier hoch. Ich möchte, dass wir wissen, was da oben ist. Auf jeden Fall finde ich lustig, dass hier überall auch wirklich... Wo geht es denn hier entlang? Ja. Wo geht es denn hier entlang? Wo komme ich jetzt noch hin? Äh. Aua. Das war nicht gut. Hat doch ordentlich weh getan. Dass du solchen Stürz nicht hinkriegen kannst, finde ich schon ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Weil du kannst so hoch springen, tust dir dann nicht weh. Und dann kommst du zum Billigsprung und dann tust du dir weh. Äh. Naja. Okay. Hüpf da hin. Hüpf mal da hin. Ah. Der oben komme ich ja drauf. Dann... Oh. Da muss ich aber Anlauf nehmen ein bisschen. Na. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Gehe ich nochmal hier hin. Und jetzt aber... Gut. Jetzt bin ich oben drauf. Da komme ich jetzt auch da noch irgendwie drauf. Komm. Okay. Es gibt hier so viele Wege. Es ist herrlich. Kannst du... Redest du was Bestimmtes? Ne. Ist am Pennen. Ah. Ah. Atmosphäre. Eine Frage. Haben Sie schon mal gehört, dass eine private Sicherheitsfirma die Polizei einer ganzen Stadt stellt? Tja. Mit Vertrag? Kein Wunder, dass diese Belltower Typen so arrogant sind. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier was zum Einschlagen. Finde ich cool. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Ja, er hat schon was dagegen. Aber... Irgendwie scheint es niemanden wirklich zu stören. Auf jeden Fall kriege ich gerade reisende Punkte. Und hier gibt es... Ne. Gut. Das sind halt elektrische Pfeile von mir aus. Ich muss was rausschmeißen. Und das wäre was Unnötiges, was ich eigentlich nur optional brauche. Und das ist definitiv diese Waffe. Also her mit der Munition. Dann... Wo geht es denn da unten hin? So ein Innenhof. Okay. Auf jeden Fall möchte ich mich auch mal hier durchschlagen. Vielleicht ist da... Ne. Äh. Muss ich da ein bisschen warten bis... Oder komme ich so durch? Ne. Ich brauche Energie. Okay. Dann warte ich erstmal bis ich volle Energie habe. Äh. Das schneide ich raus. Leute. Bis gleich. So. Und weiter geht's. Äh. Durchprügeln. Ich mache hier alles kaputt. So. Hier irgendwas. War das Sinn? Dass ich das benutzen könnte? Egal. Da unten scheint es einen Shop zu geben. Okay. Interessant. Interessant. Dass die alle Angst haben. Nur weil ich durch die Wände hauen kann. Ich habe doch nicht vor euch weh zu tun. Zumindest jetzt noch nicht. Reisende Punkte wieder bekommen. Hier ist wahrscheinlich schon wieder ein alternativer Weg. Und... Wo geht's denn auch da wieder hin? Da kann ich mich reinhacken. Und ich bin... Komm auf der anderen Seite. Deswegen kann ich das einfach öffnen. Dann speichere ich mal. So. Hier fühlt sich wieder keiner mehr. War ich hier nicht eben auch schon mal? Doch. Hier war ich eben schon mal. Konnte aber eben nicht da durch. Und wusste noch nicht mehr, dass ich überhaupt da durch gehen könnte. Ich hätte mich also hier reinhacken können. Und hätte Punkte kriegen können. Verdammt nochmal. Egal. Die Leute haben keine Angst mehr vor mir. Alles ist gut. So. Ah ok. Wo gehe ich jetzt wieder hin? Mal gucken wo ich rauskomme. Ich gehe erstmal alle Wege die ich so finde. So. Äh. Gucken wir erstmal auf die Karte mal wieder. Äh. Da ist die Karte. Ich wette mich jedes Mal. Jetzt sind wir. Ok. Dann gehe ich wieder zurück. Hat keinen Sinn. Ähm. Gut. Äh. Ja. Wie gut, dass die Ladezeiten wirklich schnell geworden sind. Ansonsten wäre das kacke. Dann gehe ich jetzt mal hier entlang. Speicher nochmal. Gucken wo ich rauskomme. Wo ist das denn jetzt bitteschön? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ein Tresor ist schon mal da. Sehr nice. Aber. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Oder? Hm. Sieht schwer danach aus. Aber es sieht auch schwer danach aus, als wäre hier eingebrochen worden. Aber das ist mir egal. Machen wir die Tür zu. Oder geht das gar nicht? Ne. Geht wahrscheinlich gar nicht. Sicherheitsstufe 1, ey. Das ist ja gar kein Problem hier. So. Das will ich wie gesagt wieder haben. Sieht aber auch nicht schwer aus. Von daher. Rein da. Hier. Verstärken. Verstärken. Ah. Sehr schön. Das habe ich alle Zeit erwähnt sogar. So. Hab ein Nukvirus wiederbekommen. Ich liebe es. Ich habe 18 Nukviren. Heidewitzka. Okay. Mach das Ding auf. Dann gibt es zweimal Kohle. Und zwar auch nicht wenig. Okay. Coole Sache das. Aber ansonsten gibt es ja echt nichts. Aber. Wie gesagt. Erkunden lohnt sich. Herrlich. Ich. Ich beginne das Spiel wirklich jetzt zu lieben. Herrlich. 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 So. Ach. Was gibt es denn hier? Feines. Äh. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wo ich das vielleicht noch verwenden kann. Ansonsten kann ich das Ganze wieder schön verkaufen. Weil das bringt nämlich wieder enorm viel Kohle. Komm. Mach doch. Kombinieren. Okay. Ich kann das kombinieren. Mit einer Pistole. Das lassen wir lieber sein. So. Dann gehen wir mal wieder. Obwohl. Wäre da oben noch was gewesen? Ne. Okay. Okay. Ja. Läuft doch. Wir finden unheimlich viel Kram. Ah. Okay. Ich war doch schon mal hier. Merke ich gerade. Aber bei der Frau war ich noch gar nicht. Da hinten. Also da vorne zumindest. Ich will diesen Bereich auch noch mal abdecken. Es gibt hier so viel zu entdecken. Hier kann ich mich auch noch mal rein hacken. Das reimt sich sogar. Und was hier reimt ist gut. Hat ein weiser Mann gesagt. Nämlich der Pumuckl. Haha. Ähm. Ja. Hier geht's. Wieder zu. Was. Wie heißt es eigentlich? Kua. Kuaigan District. Okay. Gut. 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 Wo geht's denn hier hin? Kann ich mich auch rein hacken? Ne. Kann ich nicht. Aber. Es. So viele Winkel gibt's hier. Das ist toll. Ach. Schön. Okay. Äh. Sieht mich keiner. Speichern. Hacken. So. Ich find's ein bisschen schall, dass man nicht wie beim ersten Deus Ex die Möglichkeit hat, entweder zu hacken oder die Tür zu sprengen durch irgendeine Art. Aber ist in Ordnung. Gut. Äh. Uiuiuiuiuiui. Da würde es Sinn machen, den Spam zu holen und dann sich da oben lang zu bewegen. Und dann da unten zu landen. Ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier auffallen. Auf jeden Fall werde ich hier auffallen. Und da würde ich direkt schon mal sagen, ich werde das hier verstärken. Rein da. Direkt verstärken, weil das ist wichtig. So. Jetzt hier rein. Hier rein. Damit ich nämlich in der Zeit auch schon mal hier rüber gehen kann. So. Aber das sieht wieder sehr, sehr gut aus. Jawoll. Also. Ach, ist das schön. Zugriff gewährt. Es ist so schön, wenn man gut hacken kann. Es ist so schön. So. Kein Arsch hier. Es gibt Cola auf dem Tisch. Und ein Safe und ein E-Book. Und ein Kühlschrank, unter dem nichts ist. Und keiner ist auf der Toilette. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass wir nie jemanden auf der Toilette erwischen. Das finde ich eigentlich enorm lustig, wenn wir das tun würden. Ähm. Gut. Ich habe noch 10 Minuten. Für den Part. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Ähm. Aber gut. Da werde ich gleich noch ein bisschen was vorlesen. Ja. Das sieht schon nicht ganz so einfach aus. Obwohl das ist eine reine Fassade. Im Grunde sieht es doch ziemlich leicht aus. Ähm. Ich werde das alles verstärken jetzt sofort. Hat es ja wie gesagt gelohnt. Das zu verstärken. Das wollte ich mir auch noch. Na komm. Mach. Okay. Dann den noch holen. So. Und ich habe noch 18 Sekunden Zeit. Ach. Das ist das. Script Kitty. Herrlich. 100 Credits. Was? Okay. Und. Ach. Schön. Und was haben wir denn hier? Okay. Das ist nix. Aber was hat der alles noch? Der hat hier Drogen. Der hat. Was ist das denn hier? Tango. Was? Foxtrot. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Brandy oder sowas. Also so ein schöner Brandwein. Auch hier. Auch wieder was da steckt. Erkunden lohnt sich. Ich kann es nur tausendmal sagen. Nur tausendmal sagen. Was hat das für einen Sinn, was ich gerade gesagt habe? Egal. Ähm. Wie war gerade ein Geräusch. Komisch. Okay. E-Book. Ach. Wieder 200 Dinge. Und wieder drei Seiten. Aaaaah. Ähm. Und wie es aussieht. Wieder mit komischen Wörtern. Aber trotzdem. Ich habe jetzt schon wieder 1530 Erfahrungspunkte durch Kram. Für nix und wieder nix. Okay. Invasive Hirnmaschine-Schnittstellen. Von Hugh Darrow. Auszug aus einem Artikel im Neuroprosthetics Journal Quarterly, Herbst 2012. Nächstes Jahr also. Die in der nordamerikanischen Forschung hauptsächlich verwendeten invasiven Hirnmaschine-Schnittstellen, HMS, unterscheiden sich grundlegend vom EEG-Schnittstellen, was die Methode der Aufzeichnung neuronaler Aktivitäten angeht. Während ein EEG neuronale Aktivitäten von außerhalb des Kopfes erkennen kann, müssen zum Gebrauch einer invasiven HMS Elektroden in das Hirn implantiert werden. Im Prinzip verlassen sich invasive HMS auf die Annahme, dass Neuronengruppen auf bestimmte Handlungen immer gleich reagieren, obwohl die Feuerrate der einzelnen Neuronen von Versuch zu Versuch variiert. Eine klinisch einsetzbare HMS sollte diese Reaktion dokumentieren und sie nutzen, um motorische Aktivitäten in künstlichen Aktoren nachzubilden. In den 1960ern und 70ern trainierten die Wissenschaftler Eberhard E. Fetz und seine Kollegen Affen darauf, die Aktivitäten ihrer Cortikalneuronen durch Biofeedback-Signale implantierter Elektroden aufeinander abzustimmen. Später erregte Edward Schmidt Prothesen wie zum Beispiel einen Roboterarm, wie man ihn zum Beispiel kennt aus The Big Bang Theory, wo Howard sich einen Roboterarm benutzt, um sich einen runterzuholen, also wie zum Beispiel einen Roboterarm mittels Cortikalneuronen Aktivität zu bewegen. Aufgrund der nur langsam voranschreitenden Entwicklungen benötigter Technologien, wie zum Beispiel der zum Implantieren ausreichende Elektrodenmengen in das Gehirn, dauerte es beinahe 20 Jahre, bis die Forscher diese Hypothese auch überprüfen konnten. Mitte der 90er Jahre wurden die Versuche mit evasiven HMS, die Mäusen einfacher Bewegung eines Geräts gestatteten, endlich auf Primaten übertragen werden. Ein Affen konnten die Wissenschaftler erstmals einen echten Streck- und Beugevorgang erzielen, bei dem der Primat einen Roboterarm allein durch neuronale Stimuli zu flüssigen Streck- und Greifbewegungen antrieb. 2006 Ich glaube, das gibt es sogar wirklich. Ich habe nämlich auch mal so ein Video gesehen zu die OSX. Da wurde aber schon befragt, wie weit denn die Technik jetzt schon wirklich ist. Und da wurde schon echt erstaunlich gezeigt, nämlich dass die Technologie heutzutage echt sehr weit fortgeschritten ist. Und wie man sie schon ein bisschen aus Filmen kennt, so klappt das mittlerweile auch schon heute. Es ist schon erstaunlich. Und die Leute meinten, dass es sogar wirklich 2027 so aussehen kann mit diesen Prothesen, aber das glaube ich selber eher nicht. Okay, ähm, ich muss da unten runter. Hier kann ich mir die Freigabe holen. Da unten gibt es wieder einen Neuralknoten. Ähm, Quatsch, ich starte von hier unten nicht doof. Dann gehe ich hier rüber. Und, äh, ich gebe beide Wege sofort. Übernehmen, übernehmen. Dann kann ich den noch übernehmen. Wahrscheinlich werde ich nicht entdeckt. Doch werde ich, aber es ist aber recht egal. Sofort verstärken, sobald das hier ist. Denn das ist wichtig! Komm mal hin! So! So, äh, rein da. Und dann auch hier ganz verstärken. Was auch noch wichtig ist. So, und jetzt den noch übernehmen. Jetzt habe ich noch 16 Sekunden Zeit eigentlich. Ach, es ist so schon viel Zeit. Und, äh, zack! Scriptkiddy und ich bin in der Wohnung drin. Egal, die scheint es wirklich auch vollkommen egal zu sein. Ah, endlich mal eine Wohnung, die ein bisschen anders aussieht. Finde ich mal angenehm. Und hier scheint ein Hive-Gänger zu sein. Wahrscheinlich nicht nur das, denn... Das scheint auch fürs Hive zu arbeiten. Bei dem ganzen Bier, was hier rumliegt. Und mein Gott, was ist denn hier alles drin? Tür. Kann mich verstecken, cool. Für Täubungspfeile. Hat sich dann das schon mal wieder gelohnt? Und, ja, der scheint ein bisschen reicher zu sein. Weil, der hat hier auf jeden Fall eine deutlich größere Wohnung als alle anderen Bewohner, wo ich bisher eingebrochen bin. Äh, okay. Keine Ahnung, wer hier wohnt. Vielleicht wohnt hier ja auch der Tong. Den ich schon lange suche. Sie hat hier 205 Credits aufgenommen. Jetzt haben wir fast 23.000 Credits. Das ist toll. Und ich werde auch mal den Kühlschrank verschieben und... Nein. So nicht. So nicht! Kostet eigentlich Energie, wenn ich was schweres trage? Sieht danach aus, oder? Komm. Schmeiß das Ding weg. So. Und wieder was zum Lesen. Ähm... Ja, ich geh erstmal hier rein. Weil das ist... Ach du Scheiße. Vier... Vier E-Mails. Okay. Ähm... Okay. Hatten wir schon mal? Freie Stellen bei Taeyong Medical. Ähm... Ja. Kuiui, meine Freundin. Es war wunderbar, dass wir uns gestern auf dem Markt begegnet sind. Ich vermisse die Gespräche mit dir. Wir hatten einen Termin... Äh... Wir sollten einen Termin vereinbaren und abends mal wieder Mayong spielen. Und vergisst nicht, Shelin zu ermuntern, dass er sich beim Taeyong Medical Werk hinter der Lower City bewerben soll. Ich habe gehört, dass sie qualifizierte Techniker für die Arbeit an einem besonderen Projekt suchen. Um die Forschung geht es dabei weniger. Es ist ganz... Äh... Es ist ganz normale Arbeit. Allerdings muss man viele Überstunden machen, weil sie eine sehr knappe Deadline haben. Ein Job bei Taeyong ist ein... Ich habe gestern Abend eine Dokumentation über Upper Hengsha gesehen. Es ist wunderschön. Jeder hat anscheinend ein großartiges Leben. Ich habe gestern auf dem Markt Yui... Äh... Yui Hai gesehen. Sie ist sehr hübsch. Solltest du sie umwerben. Ich soll dir sagen, dass Taeyong Medical im Moment Techniker sucht. Das wäre doch eine gute Chance für dich, ein Stück nach vorne zu kommen. Ähm... Von dort aus schaffst du es vielleicht, irgendwann in die Upper City zu kommen. Ich bete für dich. Und hoffentlich ernährst du dich anständig. Mit unendlicher Liebe, deine Mutter. Ich weiß, Mama. Ich bin unterwegs. Warum musst du mir immer so auf den Leib rücken? Ich gebe dir Bescheid, wenn ich den Job kriege. Ja. Ähm... Gegnerische Pharma-Azeutika aus Indonesien. Schnäppchen! Ähm... Von... Wir von Mockpharma... Mockpharma klingt geil. Mockpharma online führen sämtliche Gegner... Ach... Generischen... Ich sag schon gegnerischen. Äh... Generischen Medikamente, denen sie vertrauen und das zu unschlagbaren Preisen. Wir befriedigen jeden Arzneiwunsch. Erkältung und Grippe. Schmerzen aller Art. Hautausschläge. Gicht. Lymphatische Störungen. Magenprobleme. Verdauungsstörungen. Metabolischer... Was? Soli... Solipismus... Ja... Apathie und Angst und... Äh... Angst? Die können Angst heilen. Und vieles mehr. Ja... Shoppen sie online oder rufen sie uns an. 1... 8... 0... 8... 5... 5... 2... 4... 5... Alles echt! Das klingt nach... Schwachsinn. Aber egal. Ähm... Nun Leute. Ja. Ich werde ja an dieser Stelle den Part beenden. Und... Guck mir dann das E-Book an. Wir sind immer noch nicht auf der wirklichen... Ähm... Haupt-Story dran. Äh... Bei der... Bei der... Bei der Haupt-Quest. Aber... Egal. Machen wir das später. Ich hab grad viel zu viel Spaß den Hangzhou rumzulaufen. Alles Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!